Ich bin Anissa von der Band Faint Horizon. Wir kommen aus Hamburg und machen Gothic Metal. Und wir drehen demnächst ein Video zu dem Song Mitternacht, eine Vampir-Story. Und dafür hat mir Christian von MyFanks Vampirzähne angefertigt, die speziell meinem Gebiss angepasst sind. Und so sehen sie auch. Ja, René, einmal dann in Psycho-Fanks 2, bis fest. Hier hinten wirst du einen kleinen Punkt entdecken. Den hat Anissa bei ihren Kunststoff-Fanks auch. Das bedeutet, es ist deine rechte Seite von dir aus gesehen. Den kannst du einfach abnehmen. Auf die rechte Seite frisch geputzte Zähnchen vor einem Spiegel. Am besten den Ausfluss etwas verschließen, dass er nicht zur Not runterfällt und weg ist. Einmal testen, ob er auch gut passt. Den linken genauso. Dann, wenn sie gut passen, zwei kleine Kleckse von dieser Haftcreme auf die Innenflächen der Fanks. Eine Seite, andere Seite. Nur damit, falls du doch mal wirklich Anissa beißen solltest, sie nicht im Hals stecken bleiben, auch wieder mit rauskommen. Und dann sollte eigentlich alles super sitzen bei dir. Und danach immer gut säumen. Wer von euch will denn anfangen? Mir ist vollkommen egal. Also ihr müsstet einmal kurz Zähne prutzen sozusagen. Also richtig die Oberkieferzähne. Die Eckzähne halt. Das ist der Kiefer. Und habt ihr schon mal Abdrücke beim Zahn bekommen? Kieferautodäten. Kieferautodäten, genau. Okay, dann kennt ihr das ja sowas alles. Okay, einmal raus. Und auch jetzt die Lüfte. Das dauert jetzt so zwei, drei Minuten. Und dann bist du auch schon da. Das macht gleich Glock. Also nicht deine Zähne, das ist nur die Luft, die so ein bisschen da reinkommen. Also keine Luft. Oh mein Gott. Das darfst du auch. Nein, das sieht eigentlich alles dabei ganz gut aus. Okay. Das darfst du auch.